so und damit hallo und herzlich willkommen zurück mal wieder auf meiner eigenen map cloud service moment offline wir gucken mal also hier map ist wieder hergestellt und hier brennt auch nichts mehr alles wieder gut eigentlich sieht das richtig gut aus mit dem turm das dach sieht noch ein bisschen ein bisschen schwach aus normalerweise müsste man das eventuell mal gucken ich habe vorhin aus versehen ich habe vorhin aus versehen die controllersteuerung hier verdattelt jetzt muss ich erstmal gucken ob ich fliege mal ein bisschen schneller runter hier was los ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.